Hallo liebe Freunde und willkommen zu Let's Play The Sims 4. So, wir schauen mal, was ist denn los. Wir haben Dienstag, 17.13 Uhr. Ich muss mich jetzt auch wieder mal ein kleines bisschen orientieren hier, nach dem ganzen Destiny-Spektakel. Ja, Klotz ist immer noch am Spielen und Zwinker, was hat die denn vor? Äh, ist die noch? Warte mal, wir machen mal Play. Hä? Zwinkerkowski ist bei der Arbeit? Äh, das ist doch falsch. Das wird hier falsch angezeigt, das ist ja lustig. Die ist ja gar nicht mehr auf Arbeit oder hat die den Job gekündigt? Nein, das glaube ich nicht, aber dann könnte sie doch mal... Ja, jetzt kann ich natürlich auch nichts mit ihr machen. Ja, dann geh einfach mal joggen. Vielleicht kommst du dann klar. Komisch, warum die nicht angezeigt wird hier. Normal arbeiten, Arbeit früher verlassen. Aha, hier kann man noch ein paar Sachen machen. Wir machen mal Arbeit früher verlassen. Okay. Gut, jetzt wird sie wenigstens wieder normal angezeigt. Und sie hat 234 Dollar mit nach Hause gebracht. Das ist natürlich toll. Was machst du? Wie viel verdienst du? Nicht so viel, oder? Er fühlt sich ganz okay. Wir gucken mal nach den Bedürfnissen. Das ist gut. Dann könnten wir ja mal versuchen, mit ihm ein paar Leute kennenzulernen. Er muss ja erst wieder in 17 Stunden zur Arbeit, obwohl es ist schon Abend. Aber da kommt jemand, da kommt jemand. Warte mal. Ach, das ist ein kleines Mädchen. Okay, nicht. Aber vielleicht hier diese Joggerin. Oh, warte. Hallo. Ach, die joggt so schnell weg. Warte doch auf mich. Ach so. Ha. Wie lustig. Ja, jetzt sehe ich das gerade erst. Das ist ja Zwinker, die da fröhlich am Joggen ist. Dann, ja, sie kommt wieder zurück. Die brauchen wir nicht ansprechen. Aber dann kann Kowski, ja. Er ist momentan ja sehr glücklich. Freundlich vorstellen. So, mal gucken, ob die jetzt hier hinkommt. Müsste aber eigentlich. Und Zwinker. jemanden kennenlernen. Oh, weil sie glücklich ist. Sie möchte auch jemanden kennenlernen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Aber sie möchte auch ein höheres Level im Garten erreichen. Das heißt, wir könnten doch mal Blumen für Einsteiger kaufen. Machen wir mal zwei. So. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie funktioniert denn das hier? Zwinker. Wie kann man das denn hier machen? Wie ging das denn? So, die sind jetzt hier beschäftigt und ja, unsere Frau kommt auch nicht, um uns kennenzulernen. Zwinker ist jetzt gerade in der Badewanne. naja, Hauptsache sie ist glücklich, denn die Hygiene ist ja runtergegangen. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier äh, gab es hier nicht ein Inventar? Jetzt bin ich ja hier vollkommen durcheinander. Energie, mache, zwinkerzim, ähm, trainieren, Kaffee trinken, naja, okay, sie ist ja, hat ja eigentlich trainiert, aber muss auch bald wieder schlafen, denn sie muss ja in zwölf Stunden schon wieder zur Arbeit. Ah, das sind so viele Sachen auf einmal. Da, da ist doch das Inventar. So, Samenpaket öffnen. Juhu. So, das öffnen wir auch mal und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Was können wir denn, warte mal, wir haben hier noch eins. So, Apfel. Chrysantheme. Vielleicht könnte man ja hier einen kleinen Apfelbaum ich weiß nicht, ob das geht. Okay. Doch, es funktioniert. So, jetzt kannst du glücklich werden, indem du einen Apfelbaum pflanzt. Okay, wir haben es geschafft. So spät. Es ist zwar schon spät am Abend, aber das können wir noch machen, bevor wir ins Bett gehen. Energie braucht sie auf jeden Fall. Hat die Gartenfähigkeit erworbt. Das findet sie total lustig. Wo ist denn der Apfel hin? Wächst da jetzt auch was? Naja. Gut, Zwinker geht jetzt alleine ins Bett. Das kann sie ja machen und ich gucke mal, wann Mr. Kowski muss nämlich auch morgen schon zur Arbeit wieder. Zwar etwas später als Zwinker, aber beschämt. Jemanden anrufen. Okay, dann kannst du das ja machen. So, er hat ja auch jemanden kennengelernt und zwar Annette Lambert. Er kann sie ja mal anrufen. Hallo, warum schläfst du denn schon? So spät ist es noch nicht. Du hast, außerdem hast du später Arbeit. Aber du kannst auch mal hier hingehen, während du telefonierst. Ach so, ich verstehe. er hat Zwinker beim Baden gesehen. Und hat das was gebracht? Selbst erniedrigen Witz erzählen, weil beschämt. Nein. Das kannst du mal ganz schön vergessen, sowas machen wir nicht. Bücher zu Ende lesen. Ach, Bücher, genau. Was braucht ein Schriftsteller? Er braucht Bücher. Dann gehen wir mal in den Baumodus. Das habe ich ja total vergessen. so, dann gucken wir mal hier. Alles was mit Büchern zu tun hat. So ein einfaches Bücherwandregal würde doch vielleicht schon, ja das sieht ein bisschen, das ist halt für Kinder, das brauchen wir nicht, aber Okay, man kann das nur auf einer Höhe aufhängen. Ich gucke mal, ich denke mal, hier ist ein guter Platz. So, und dann kann der lieber mal ein bisschen, was haben wir denn hier? Gewöhnliches Tuning-Teil. Was ist das? Was soll das denn sein? Ein allgemeines Teil, das für verschiedene Arten von Verbesserungen verwendet werden kann? Ich platziere das jetzt einfach mal hier. Und er nimmt es sich einfach wieder. Okay. So, Problemscheune, Krimi. Was haben wir hier? Das erste Einhorn. Das ist für Kinder der Herr der Schaukeln. Das kann er doch machen. Das kann er doch tun. So, genau. Er legt sich gemütlich ins Bett. Warum ist denn der jetzt beschämt? Ja, versteck dich vor allem. Okay. Ich sehe schon, ich bereue das, dass er ein so großer Einzelgänger ist und er hat auch noch Hunger. Okay, dann kann er noch was essen, bevor er schlafen geht. Okay. Da haben wir nichts. So. Dann machen wir zum Abendessen. Da reicht dir so ein schöner Gartensalat. und danach musst du auch schlafen. Dann wird es langsam Zeit. So, das machst du jetzt nicht. Und lesen kannst du jetzt mal abbrechen. Es ist doch zu spät. Genau, leg dir das Buch mal beiseite. So ist das gut. Das ist ja ganz cool gemacht, dass das alles so ein bisschen das macht das Ganze hier schön realistisch, dass sie auch die Bücher da beiseite legen. Und dann vielleicht für später. So, ich hoffe mal, der lässt hier die Küche ganz. Mh, das duftet, oder? Er möchte jemanden umarmen. Okay. Können wir eigentlich jemanden einladen? Ah, okay, das können wir machen. Das können wir vielleicht morgen mal machen, wenn er von der Arbeit kommt. Dann kann er vielleicht seine Freundin mal einladen. So, jetzt machen wir mal die Zeit mal ein bisschen schneller. Und Stopp, warte mal. Oh, er ist konzentriert. Besuche die Bibliothek, indem du auf der Weltkarte schaubst. Ja, nachts. Das können wir leider nicht machen. Du musst nämlich danach schlafen, nach dem Essen. Dann spulen wir jetzt mal ein bisschen vor. Hau rein, schaufel dir den Salat rein. Nach dem Schlafen kannst du das direkt mal aufräumen, Freundchen. Das auch. Ein Sim 24 Stunden keinerlei soziale Aktion ausführen lassen. Da drin sind wir die Besten. Oh, sie steht auf. Wann muss sie denn zur Arbeit, Fräulein? In zwei Stunden. Ja, dann wird es Zeit. Ja, räum das bitte auch auf. Oder wolltest du das jetzt essen? Okay, sie... Das ist die ordentliche der Familie anscheinend. Alles schön in den Mülleimer. Genau, das ganze Geschirr, das brauchen wir. Oh, sie kratzt es vom Teller. Na gut, dann servier mal bis bitte, bitte Frühstück. Ich hätte gerne Pfannkuchen heute. Oh, dann wird es auch noch schon richtig knapp gleich, glaube ich. Komm. Ein bisschen das Tempo erhöhen. Was? Hast du da einen Fehler gemacht? Oh nein, bitte nichts abbrennen. So, wir gucken jetzt mal, wann Klotz... Ach, muss ja erst in vier Stunden zur Arbeit. Na dann können wir die Zeit noch ein bisschen schneller laufen lassen. sehr gut. Gehen wir danach auf Toilette? Na, das war klar. Mal eben schnell das Essen auf Twitter posten. Ja, sie fühlt sich unwohl. und du könntest jetzt auch langsam mal aufstehen und dann auch erst mal was frühstücken. Ja, und du, viel Spaß auf der Arbeit. Okay, das ging jetzt ratzefatz. Danach gehst du auch auf die Toilette. Ja, und du musst auf jeden Fall noch mal duschen, bevor du zur Arbeit gehst. Sonst fängst du nämlich an zu stinken. Aber es ist gut, dass du diesmal wenigstens aufräumst, Freundchen. So, und bevor du zur Arbeit gehst, kann man das aufräumen. Wie viel Zeit bleibt dir denn noch? Zwei Stunden hast du noch? Okay, das kriegen wir hin. Na, gucken wir mal, wenn die danach von der Arbeit wiederkommen. Ob wir es hinkriegen, dass er sich mit der, mit seiner Freundin trifft. Oh, Berechnungen. Ein Analytiker bittet Zwinker, einige Flugbahnen für Satelliten Umlaufbahnen zu berechnen, was zum Gehnen langweilig ist. Und das, wo Zwinker ohnehin schon so viel zu tun hat. Sie kann entweder versuchen, eine Formel zu finden, um die Gleichung zu vereinfachen oder alles einzeln zu brechen. Na, dann natürlich eine Formel suchen. Oh, das gab 50, warum? So, jetzt mache ich mal Normalplay, denn er muss jetzt gleich zur Arbeit. Gut, er hat alles aufgeräumt, alles erledigt. ich gucke mal hier. Hier scheint kein Apfelbaum zu wachsen, oder? Da müssen wir gucken, dass man nachher so, beim Boss einschmeicheln nicht vergessen. Hallo, du musst zur Arbeit, oder? Genau. Auf zur Arbeit. Man bringt bloß genug Kohle nach Hause. So, unbeeindruckender Lebenslauf. Sein Lebenslauf ist noch nicht sonderlich beeindruckend, aber Klotz möchte seinen beruflichen Aufstieg ein wenig beschleunigen. Soll er einfach zugeben, dass er nicht fehler Erfahrung hat, oder seinen Lebenslauf mit ein paar Dingen aufpeppen, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen? Ha, natürlich ein bisschen aufpeppen. Wir wollen ja Geld verdienen. Erwischt. Es war nur eine Prüfung der Referenzen erforderlich, um die Lüge aufzudecken. Jetzt muss Klotz doppelt so hart arbeiten, um etwas zu erreichen. Nein! Ihr seid so schlecht. Okay, dann fleißig arbeiten. So. Was ist mit dir los? Ach, du möchtest baden. Ja, war ja klar. Das sind die Frauen. Komm, nimm mal einen Schaumat, das hast du dir verdient. Und danach brauchst du Spaß. Das heißt, du könntest mal den Pizzaboten einladen. Dein neuer Freund. So, angespannt, geht weg. Oh, nee, geht nach unten. Weil der Spaß geht zur Neige hier im Haus. Okay, dann. Aber das wird ja gleich besser. Es wird gleich besser. Und hier gucken wir mal kurz im Inventar und pflanzen hier die Chrysantheme rein. So, dann kannst du das reinpflanzen. Das machst du mal schön, bevor du den anrufst. Und dann kannst du ihn anrufen. Was macht ihr denn da? Sie hat doch Spaß. Warum? Müsst ihr jetzt Spaß doch hochgehen, oder? Ja, es geht hoch. Ja. Uh, Planschi, Planschi. Telefon. Okay. Oh, er hat selbst angerufen. Oh, ich hoffe, er ist da, er ist da, er ist da. Alles klar. Hör bitte auf zu baden. Du hast Chris Besuch. Hallo. Ich glaube, er ist schon drinnen. Genau. Aha. So, und danach könnt ihr mal ein bisschen Spaß haben. Verrückt anfunkeln. So, jetzt haben wir hier Chrysanthemenpflanze. Mehr Blüten als Blätter. Diese Büsche sind ein wahres Knospenmeer. Ja, ist das ja. Genau. Hast du eigentlich kein anderes T-Shirt? Oder trägst du die ganze Zeit dieses T-Shirt? Ja, klar, trage ich das, aber ich habe davon 20. Also, keine Angst, sie sind sauber. Oh, das ist ein sehr interessantes Gespräch. Sie erzählt gerade, wie sie gestern auf der Arbeit jemanden umgehauen hat. Oh, er hat 200 Dollar mit nach Hause gebracht. Wunderbar, dann gucken wir mal, was er möchte. Er hat Essen, also kann er doch direkt mal Abendessen servieren. Und zwar Grillkäse. Ihr Spaß geht auch nicht weiter hoch. Machen wir das mal so. Geld spielt bei mir keine Rolle, ich habe genug davon. Du bist so arm, du armer Pizzabote. Oh. Ja, es tut mir doch leid, es tut mir leid. Kommen über Kochen reden und entschuldigen. Gestern habe ich so eine riesen Krabbe am Strand gefunden. Meine Güte. Und ich spiele immer World of Tanks. Den ganzen Tag World of Tanks. Ich habe keine Freunde. Und deswegen bin ich Pizzabote, um ein paar, wenigstens irgendjemanden zu kennenzulernen. Genau. Zusammen ein Gericht nehmen. Okay, dann könnt ihr zusammen essen. Und Klotz wird jetzt auch eine Verabredung haben. Und zwar muss er die einladen. Und er ist angespannt. Oh. Hier. Du kannst hier bei dir bei ihm Luft machen. Sie sterben alle. Alle sind tot. Ein Kaffee vielleicht? Zum Toast? Zum Grillkäse? Das war doch Grillkäse, oder? Ja, ja, sieht so aus. Du spielst World of Tanks? Ich spiele das auch den ganzen Tag. Hab schon einmal verschlafen, deswegen. Ah, er ist jetzt konzentriert. Himmel mit Teleskop beobachten. Weil er konzentriert ist. Möchtest du das? Unbedingt? Dann machen wir das mal. Warte mal. Wir stellen dir hier ein Teleskop hin. Teleskop. Suchen wir das mal. Boah. Gibt's das nicht auch in klein? Hm. Ah. Der Dreck war so ein Monster. Na gut, dann machen wir das. Pech, jetzt hauen wir mal auf die Kacke. Es wird ein Weltraum-Teleskop gebaut. So. Da kannst du in die Sterne gucken. Weil du konzentriert bist. Hast du denn genug gegessen? Nein, nicht mit Zwinkerplaudern. Das brauchst du nicht. Das brauchst du auch nicht. dann kannst du sie mal anrufen und danach genau. Genau, du räumst alles auf. Uiuiui, das geht. So. Sie braucht auf jeden Fall Spaß. Das heißt, ich setze sie mal vor dem Kochsendung für Ideen schauen. Dann hat sie vielleicht Spaß. Der Spaß ist auf jeden Fall niedrig. Was macht der denn? Der setzt sich einfach an unserem PC. Der ist aber wirklich süchtig. Dein Besuch ist da. Wo ist er jetzt? Er ist jetzt im Observatorium und guckt die Sterne an. Gucken mal, bewegt sich das? Ja, klar. Krass. Das ist ja genial. Nein, du sollst nicht da hingehen. Über bla bla bla. Nach einem, was können wir denn machen mit ihr? Mehr Auswahl. Romantisch. Wir probieren es direkt mal mit Romantik. Aber zumindest kann er ein bisschen seiner Beschäftigung hier nachgehen und gucken, ob es Leben außerhalb unserer Erde gibt. So ein Ding will ich auch haben. Auf jeden Fall im Garten. Total cool. Na gut. Was macht die denn? Die schnappt sich einfach mal das Buch. Also das ist ja, die tun so, als wenn die hier leben und räumt es auch noch weg und man Klotz findet das doch nie wieder. So, ich glaube, der Pizzabote hat sich verabschiedet, nachdem er ein bisschen gezockt hat, aber das macht ja nichts. So, er hat ja jetzt erst mal wieder frei und sie muss auf Toilette und hör mal auf Fernsehen zu gucken und muss danach auch schlafen gehen. Ja, der Spaß steigt auf jeden Fall wieder, das ist gut. aber es ist auch schon spät, das heißt, sie geht danach ins Bettchen und er könnte mal aufhören, hier mit seinem Teleskop rumzuspielen, sonst verschwindet sie nämlich. Hallo? Ah, jetzt spielt die Computer. Ach so, ich dachte, sie wollte schon gehen. Aber vielleicht bleibt sie ja auch über Nacht. Das könnte doch auch sein. Interaktion hat sich ein bisschen verbessert, er muss danach auch schon wieder auf Toilette, das ist ja Wahnsinn. Die haben alle so eine schwache Blase, die sind. So, dann nochmal hier flirten. Ja, die können ja, stimmt, die können ja auch weiter quatschen, wenn sie nicht nebeneinander stehen. Oh, es gefällt ihr, es gefällt ihr. Das ist schön. probieren wir das Ganze nochmal. So, dann machen wir das mal. Danach musst du aber auf Toilette, weil sonst, glaube ich, macht er in die Hose. Äh, beschämt, ah, wo kann ich mich verstecken? Das war eine unangenehme Unterhaltung. Nein, 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 selbst ironisch scherzen, dann geht es dir bestimmt wieder besser. Dann wirst du dich besser fühlen. Witz macht alles wieder gut. Oh, sie geht zum Mülleimer, nein, sie will, Mülleimer, ja, ja, genau, genau, hör mal, was war das denn für eine Aktion? Genau, ich bin ein bisschen beschämt und du hast hier Müll auf die Erde geschmissen. Ja, genau, setzt euch noch ein bisschen. Na gut, der Müll kann warten. So, dann können wir nochmal über das neuste Buch reden. Sie hat ja anscheinend zumindest dasselbe mal in der Hand gehabt. Vielleicht sind das die gemeinsamen Interessen, die die beiden verbindet. Das könnte doch möglich sein. zumindest ist er wieder glücklich, das ist toll. Umarmen? Umarmen, ja. Oder? Jetzt flippt er total aus. Wo kann ich denn hier? Kann man einen umarmen? Wo geht das denn? Nee, finde ich jetzt nicht. Aber sie machen sich, sie machen sich. Klotz hat folgende Merkmale von Annetta kennengelernt. Gut. Das war doch gut, oder? Man muss es ja nicht übertreiben. Und jetzt kann es aber hier mal ein bisschen aufräumen. Das ist immer so, wenn man Gäste hat, die schmeißen alles rum. Wofür dieses gewöhnliche Tuning-Teil sein soll, verstehe ich immer noch nicht. Na gut, dann räum mal bitte das Essen weg. Dann kannst du dich auch schlafen legen. Obwohl, er hat ja noch ein bisschen Energie. Er könnte ja auch üben und das Buch weiterschreiben. Als der Storsch kam, vielleicht wird er ja damit noch erfolgreich. Solange er vielleicht noch nicht zu müde ist. Und danach kannst du dich schlafen legen, denke ich mal. Zinker braucht auf jeden Fall am nächsten Tag mal ein bisschen Spaß. Ja, er schreibt weiter. Gut. Und damit beende ich jetzt erstmal diese Folge. sage vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Euer NoDashBroad. Ciao, Leute.